Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch einmal eine Übersicht über alle Buchstaben geben, die ich jetzt gemacht habe. Ich bin jetzt nämlich fertig mit dem Alphabet und ihr findet jetzt in unserem Kanal eine Playlist mit allen Buchstaben. Und damit könnt ihr dann alle Begriffe und Namen und auch alles andere schreiben, was ihr gerne möchtet. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ihr benutzt für alle diese Anleitungen das Loomboard und eure Häkelnadel. Und ungefähr zwischen 15 und 30 Looms braucht ihr jeweils. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Wie gesagt, alle Anleitungen findet ihr in der dazugehörigen Playlist. Und wenn ihr sonst noch Ideenanregungen oder Wünsche habt, schreibt uns einfach etwas in die Kommentare. Und wenn ihr in Zukunft noch mehr von uns sehen möchtet, lasst uns doch einfach ein Abo da. Und wenn ihr noch ganz, ganz, ganz viel mehr von uns sehen möchtet, dann schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Da seht ihr noch ganz viel mehr von uns. Und dann bis zum nächsten Mal bei uns.